Ja, dann kommen Sie, schließen Sie jetzt mal auf. Ja, ja, ich bin dabei, ich stehe ja schon da fast. Nehme mal langsamer Fahrt auf, sonst hauen die da und ziehen ihn ab. Da ist auf jeden Fall ein Kompanie-Schiff und wenn wir Glück haben, und dieses Kompanie-Schiff filmt von beiden Seiten. Das kleine Schiffchen da vorne? Nein, da rechts. Mit den blauen Segeln da hinten. Das ist schon ein bisschen weiter weg, weil sie haben so lange gebraucht. Ja, dann geben Sie doch Stoff. Okay. Volle Fahrt voraus. Volle Fahrt voraus. Aber wir müssen aufpassen, nicht, dass der Ort dann auf uns ballert. Ja, das ist es ja. Da, jetzt drehen die weg. Ne, gar nicht so, dass man noch. Wo kommen wir denn da? Oh, die kämpfen immer noch, die beiden. Ja, wir werden ihnen helfen. Weil wir brauchen ja eventuell auch mal Hilfe, ne? Und halt davon, wir werden dir mal helfen. Ja, wenn sie dazu kommen. Wer kämpft denn jetzt eigentlich gegen wen? Ja, das ist gut, ich gerade. Ich muss auch mal gucken. Also einmal haben wir das Batterie-Schiff. Das ist ein Kompanie-Schiff und den packen wir uns jetzt. Das ist ein Freibäuter, glaube ich. Genau, deswegen helfen wir jetzt dem und überlassen ihm auch die Beute. Wir helfen ihm jetzt. Auch wenn es ein Freibäuter ist. Sie, Steuerbord. Jawohl, ich habe ihn. Der ist schon fast platt. Jawohl, er kann jetzt machen. Der soll uns nicht angreifen. Warum schießt er doch dich? Ja, weiß ich nicht. Aber der ist schnell weg. Der ist fast platt. Ja, ich auch, wenn er so weiter macht. Da ist er. Ja, selber schuld, ne? Ja. Ich guck mal, was er da plündert hat. Ich guck mal, was er da langes Schiff hatte. Wir wollten ihm helfen. Ja. Komm, plündern. Ja, wir brauchen noch ein Ramm-Schiff, ne? Das wissen Sie ja noch, ne? Und hier auch. Aber bleiben Sie mal stehen. Ich will noch ein Foto machen hier noch nicht. Aber wo kriegen wir jetzt ein Ramm-Schiff her, verdammte Hakel? Ja, ich wollte jetzt mal in die offene See hier wieder. So, in diese Richtung. Und gucken, ob da kompaniemäßig was ist. Wo ist denn meine Markierung jetzt dahinten? Da sieht man gar nicht. In 2000 Meter hat es eine Markierung gesetzt. Ja, nur die Richtung so. Wenn Sie natürlich irgendein Kompanie-Schiff kriegen, ne? Wir sind ja in der Gegend von Kompanie, ne? Da sieht man ja an den Flaggen schon. Ja, ja, ja. Also müssen wir uns eigentlich hier aufhalten. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Ramm-Schiff. Immer noch. Ja, wenn wir hier natürlich sowas angreifen würden, dann... Dann kommen die Ramm-Schiffe. Na ja, plündern da hinten den Turm. Na ja, dann kommen die doch. Ja, ja. Was haben Sie denn? Haben Sie irgendwie schlecht gefrühstückt oder was? Die sind im Tarn-Insel. Ey, da willst du dem helfen, weißt du? Und er greift dich an. Ich glaube, wir kommen da nicht so richtig ran, was wir wollen. Kann auch sein. Also die Burke kann ich angreifen, aber ich könnte mir eher vorstum hier noch ein Firmchen anzugreifen. Aber da wird es noch von allen Seiten angegriffen. Dann wird es noch von allen Seiten. Dann kommt auch noch ein Ramm-Schiff garantiert. Na ja. Oh, was kommt denn da? Wo denn? Von hinten? Ja, du. Das ist zu weit weg. Das ist zwei Beutat, schwarze Segel. Okay. Oder? Ja. Der andere, das weiß, blau. Ist ein Pirat. Tja. Ja, hier jetzt irgendwas angreifen, das wäre selbstmord. Sag ich Ihnen ganz ehrlich, also wenn ich hier was angreifen soll... Oh, warte mal, hier ist noch ein Zeichen. 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 Am Schiff! Ja, ich komm! denken sie dran von zwei seiten ja aber wir können hier das nicht angreifen weil hier ist ein turm direkt davor er kommt gerade in ihre richtung der kleine hier scheiße auf den turm dann begleiten wir den einfach von einfach mal so dran vorbei so in deinem herr er wird auch angezeigt aber ich glaube der steht ich glaube der eiert so ein bisschen rum naja gut er hält hier die die bewachung der ganzen gegen sobald dann erfährt ein bisschen langsam wenn er außerhalb ist dann können wir die noch packen der ist auch kleiner als wir ja und er hat rote dinge hat wenn wir darauf schießen wenn ich warte nicht gewinnen was haben sie vor ich greife ihn an und nein in der eigenen hälfte das macht man doch nicht doch man macht es leute jetzt wirklich diesen mann da in der eigenen hälfte angreifen wenn kaum panze ich fahr mal so langsam hinter dem her ja wir singen mal ein lied auf ich hab mal ein bisschen mehr abstand wir brauchen doch nur das eine rammstift verdammte scheiße und den wollen wir uns packen ja wir greifen uns den feld überhaupt nicht auf wie wir da hinterher schlagen genau oh du bist angeschrieben worden ja hi at all ich könnte den jetzt so weg machen aber er ist ein bisschen zu nah an dem turm wenn der rechts abbiegen würde rechts runter dann könnten wir den weg machen vielleicht können sie ihn überzeugen rechts ab zu biegen morgen ich glaube da war zurück ich kann jetzt nicht ich bin doch hier voll in den weg ja er biecht ab guter dank ja wenn du von links kommst dann muss er rechts abbiegen ja aber da ist so ein kleiner turm was 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 schreibt der denn da ich glaube ich musste den chat auch nochmal ausschalten weil das nervt war mal so langsam dann nebenher ja komm junge vielleicht bist du bist gleich geschichte mein Freund ich mach mal ein bisschen weiter abstand oh ja da schalte ich beim nächsten mal ab ich mach das jetzt so wenn ich das kann wo mach ich das ja ich geh auch mal gucken ah nee da muss ich ja raus ne wo macht man das alle allgemeines spiel oder was allgemeines einstellungen einstellungen und dann auf interface so wir müssen aber den typ der dreht ab der dreht bei wo ist denn das wird aus ja dann angreifen ne noch nicht doch der fährt doch hier raus ja aber da haben wir ein türmchen hier ach kack die doch nicht in der hose mann da kommen wir begleiten die noch ein bisschen kommt drauf das nutzt nix da kommt auf mich so jetzt gleich weg jetzt gleich weg ja der schiff leiser komm weg da du bist doch angegriffen hab ich gar nicht mitgekriegt ja reparier dein schiff ja bin dabei so der ist weg was ist denn jetzt hier los äh escape kann nichts machen was ist hier los so jetzt schön mal mit etwas Hilfe zu kämpfen oh 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 naja wir müssen hier weg raus hier aber wir haben den Schlied müssen wir den Bericht erstatten ja wir müssen hier raus auf jeden Fall ja das wird ganz gut ich mag das gar nicht wir haben es geschafft Leute jetzt aber ganz schnell weg hier Leute dafür kriegst du erstmal ne Nahrung Kurs auf St. L ja ich fährst in die falsche Richtung die ist voller Panik wieder St. L ist hier unten ich hab's schon da müssen wir hin so ist weg hier aber wo steht denn das wir das Ding machen müssen iJ ja hab ich nicht er stattdessen ich ich meine wir können auch gleich an irgend so um ausgeprossen aber wir können auch ja komm das heißt wir fahren hier links rein wir machen das noch eben ob sagen wir werden jetzt nicht angegriffen das wäre übel, ich habe hier viele Sachen gefunden. Also die Gefahr besteht schon. Deswegen möchte ich so schnell wie möglich hier weg. Ja, das heißt, wir müssen erstmal hier hoch, wahrscheinlich. Ja, hofft er, du fährst auch mal. Pass auf die Schiffe da hinten auf. Ja. Das ist auch ein Kompanieschiff. Ja, aber wir sind wieder neutral. Wir sind draußen aus dem Bereich. Ja. Ich werde verfolgt von einem Plan der Fahrer. Ja, nein. Einer mit einem Leuchtsignal, er braucht Hilfe. Ja, nee, wir haben keine Zeit. Ich schaue mal auf die Karte und gehe mal auf Tagebuch. Weil da seht ihr auch, erstatte den Schmiedbericht. Genau, das wollten wir ja. Ja, und ich bin auch da hinten schießen. Ja, weg da, weg da, halt dich da raus. Mal über hier ist hier so ein Zeichen. Ich weiß, wie das bedeutet. Ist sie hinten St. Elf? Nee, nee. Wir müssen erst noch hinter die Inselgruppe. Da habe ich eine Durchfahrt markiert. Ich kenne diesen xx fix. Da müssen wir rein. Ja, gar nicht lange auffallen. Ich fand das nur doof vorhin von dem einen. Ey, wir haben ihm geholfen, weißt du? Ja, aber so sind die in die Freibeutel. Naja, die Freibeutel, ey. Die Freibeutel. So, jetzt müssen wir langsam hier durch. Ja. Hier sind wir schon öfter durch. Ich fahre mal ein bisschen langsamer hier durch. Was ist das für ein Zeichen bei dir? Ich weiß nicht, vielleicht ist irgendwas Schönes eingesammelt. Okay, interessant. Irgendwie so ein komisches, ich weiß, wie das bedeutet. Habe ich aber auch dieses Zeichen. Aha. Wenn du bei mir mal guckst. Ach so, ja. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung. Oh, da kommt uns was dagegen. Ja, ein bisschen langsamer. Ich kann ja mal warten, bis der durch ist. Ich hab mal eben was mal gucken, müssen wir rechts oder links. Ich hab niemand verstanden. Links müssen wir mal. Ich lass dir mal durch. Hau doch nicht ab. Ja. Ich werd gleich angegriffen. Du wirst mich angegriffen. Du wirst mich angegriffen. Du wirst mich angegriffen. Weißt du doch gar nicht. Doch, ich bin doch auch an dem ganz normal vorbei gefahren. Ja, ich bin ja stehen geblieben, weil ich den durchlasse. Ja, wenn wir hier durch sind, Freunde, dann sind wir fast in Sand. Da ist noch einer, der Hilfe braucht. Ja, super. Da können wir aber im Moment nichts machen. Ja, ihr braucht Hilfe, aber wir können nichts machen. Wir haben keine Zeit dafür, Freunde. Ich frage mich, was in dem Brack ist. So, stopp. Schade, dass man so nicht einfach an Land liegen kann. Oh, das Zeichen ist weg. Das tut mir im Herzen witz, Freunde. Aber ... Wir haben gerast hier, ey. Ja, ich will das Ende abschließen hier. Wenn ich jetzt bremse ... Brems mal bitte hinter mir. Einen noch eine Stufe runter. Hab ich doch schon. Weil das ist sonst hier ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Goodbye, very well. Goodbye, very well. Here comes Johnny with his 14 months pay. Harami, boys, we're homeward land. Ja. Oh, da kommt ein kleines Schiff. Scheiße. Ich hab den Ball überrollt. Ja. Oh, da kommt ein kleines Schiff. Äh, bitte nicht. Ich krieg immer so ein Zeichen. Ja, dass man Internet sei abkackt. Das darf jetzt nicht passieren. So, da ist dann Anne gegenüber. Wir sind gleich da. Und dann rennen wir zum Schnee und sagen dem Bescheid. Genau. Und dann gucken wir mal, was passiert. Vielleicht baut er uns ja ... Im Endeffekt kriegst du ja den Fortschritt. Ich krieg den ja gar nicht. Okay. Das ist nicht okay. Du steigst ja auf. Vielleicht muss ich doch mal alleine spielen. Schau. 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 Oh, ich hab die Flamingos hier platt gefordert. Oh, wir gehen von Bord. Und dann gucken wir mal hier. Und von Bord gehen. Jawoll. Dann gucken wir mal hier. Wo ist der Herr Hoxen? Schon mal zwei Schritte vor. Ja, war klasse. Wir haben richtig Spaß gehabt. Moment, bitte. Moment, bitte. Warte auf Sie. Ja, der lädt gerade. Bitte nicht abkacken jetzt. Nicht. Oh, Gott sei Dank. Da ist er. Ja. Los, komm schnell zum Schmied. Aber warte, ich muss noch ein Foto machen. Wo bist du? Ja, ich bin schon hier. Du kannst nicht beim Schmied sein, weil du gerade die Treppen runterläufst. Ja, warum fragst du dann, wo ich bin? Was soll denn das? Hören Sie mal. Also, so geht das ja nicht. Ich glaube, wir gehen zum Schmiedi hier. Hi, Schmiedi! Ja, warte, ich mach das. Ich bin ja hier die Chefin. Und dann sprechen wir. Warte? Ich blute Eisen und Scheiße Stahl. Das kann ich für euch schmieden. Abgeben. Äh. Abgeben. Abgeben? Achso. Wir haben sie erstmal fernhalten. Oh, wir haben sogar eine Hülle gekriegt. Eine Hülle 1. Ja, wir haben schon drei. Ist egal. Nebulöse Geheimnisse, Freunde, aber. Ja. Verfügbare Aufträge. Hämmern und Plündern. Hämmern und Plündern. Die Kompanie fängt Lieferungen mit seltenen Metallen nach St. M. ab, die Thomas für sein Handwerk braucht. Plündere Siedlungen der Kompanie, um die seltene Metalle für den Waffenschmied zu erbeuten. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. Aber, sie bleiben jetzt mal da stehen. Ich mach mir ein Foto. Ja. Schnellfoto. Da. Warten Sie, ich mach Ihnen einen Foto. Moment. Foto. Sind Sie denn weggelaufen? Ich steh noch hier. Sie sind nicht mehr drin? Ne, Sie stehen nicht mehr drin. Sie sind in mir drin. Ja, gehen Sie mal raus. Genau. Bleiben Sie mal stehen. Nicht so nah bei mir. Stehen Sie so nah hinter mir. Sind Sie auf dem ruchelang hübsches Stück Arsch oder was? So. Moment. Ich mach ein Foto. Jawohl. Foto ist gemacht. Ja Leute. Und dann will ich mal sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. So sieht's aus. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.